hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen folge hier vom bausimulator 22 hier von unserem mega baustelle parkhaus ja leute wir müssen wieder ein bisschen bisschen beton gießen so stellen grüßig mal auf so guck mal ob er auch genügend ausladung haben so Ja, super, passt. Machen wir mal die Klappe hinten auf. Und wir fangen alles wieder ein. Und wir fangen alles wieder ein. Okay, dann können wir mal jetzt den Mischer hinten ranfahren. Und läuft die Soße. So, dann machen wir wieder unsere Lieblingsbeschäftigung mit Betongießen. Dann haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wieder mal leer da gehen eine ganze Menge Geld äh, ja Kosten drauf für das Material beziehungsweise für den Beton das ist ja Wahnsinn wir haben 37 Prozent ach, Scheiße und die mehr, ne? doch jetzt, 38 und die mehr, ne? Hier ein 40% haben wir schon. Hier ein 40% haben wir schon. Ja, was ist denn das? Ja, ich meine, er soll das alles bezahlen. Aber wir kriegen ja im Endeffekt einen fetten Auftragslohn. Kommt schon immer ein bisschen was rein. So können wir uns nicht beschweren. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 es läuft solche großen flächen haben ja eher selten aber wenn man sie hat ist halt doof und dauert halt ewig und zieht sich in die länge oh naja wo wir uns im halben lieben so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Na? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann haben wir erstmal hier Im Bereich fertig? Untertitelung des ZDF, 2020 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 97% noch da? Ui, fertig! Uuuu! Yeah! So, Mischer und Dings muss vom Platz. Hier ist die Bombe. So, Mischer und Dings... Jetzt der Kran, okay. 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 So, dann gucken wir jetzt zum Park aus. Kommen wir da nicht mehr rein? Das ist ja ein Ding. So, wir sollen den Bereich hier mit Erde ausfüllen bzw. mit Erde vollfüllen. Okay. 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 Ich suche gerade hier nach so einem Item bzw. so einem goldenen Hammer. Da haben wir hier wohl nicht. Ah! Super! 16 von 100. Da haben wir noch eine Menge Hammer vor uns. So, aber Freunde, das soll es denn erstmal hier mit dieser Folge gewesen sein. Okay, ich fahr nochmal schnell fix. Pumpe beiseite. So, aber jetzt in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Gucken wir mal, ob wir hier... Aber ich kann hier mal gucken im Bauabschnitt. Was wir noch... Ja, zwei Aufträge. Okay. Okay. Aber Leute, dann soll es dann erstmal das für heute mit dieser Folge gewesen sein. Dann sag ich mal. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.